Ich bin ein absoluter Gegner vom Videobeweis, vor allem wenn die dritte Liga mit dem Videobeweis irgendwann ankommen würde, würde die so viel verlieren. Ich weiß, es macht alles irgendwo, wenn man ganz drauf guckt, gerechter, aber du nimmst dem Sport so viel Emotionen und ich glaube, die dritte Liga zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie einfach diesen puristischen Fußball noch hat. Aber ganz ehrlich, wenn du Verein bist, der absteigt wegen einer krassen Fehlentscheidung, ich weiß nicht, ob du in dem Moment sagst, ja das gehört irgendwie zum Sport dazu, dass am nächsten Tag in der Kneipe die Leute darüber diskutieren, über allen berechtigten Kritikpunkten am Video, Schiedsrichter, weil man glaube ich einfach nicht versteht, warum trotzdem noch so gravierende Fehlentscheidungen fallen. glaube ich, hast du 80% Verringerung, das ist definitiv fairer geworden, das Ganze und ich muss sagen, wenn es so gehandhabt wird wie bei der WM, bin ich ein ganz klarer Befürworter des Videobeweises.